Yo, hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Unboxing hier. Ja, bevor es gleich losgeht, wollte ich euch noch einige Dinge sagen und zwar, erste Info, die Verlosung zu den beiden Ballisong-Trainern von Andux gibt es dann Anfang September. Ich weiß noch nicht genau wann, aber ich werde es euch noch mitteilen. Jedenfalls werde ich das Ganze über Instagram-Livestream machen, also seid gespannt. So, eine zweite Sache, wie ihr sicher gemerkt habt, in letzter Zeit kommen die Videos immer sehr unregelmäßig. Das liegt einfach daran, dass ich nicht viel Zeit habe und auch ziemlich viel Stress habe. Ja, deswegen kann ich mich nicht voll und ganz auf YouTube konzentrieren, was mich natürlich extrem ärgert, weil ich wirklich gerne Videos mache. Gerade bin ich auch dabei noch, das Review-Video zum Sawyer-Wasserfilter zu machen. Viele haben sich ja auch mal so Outdoor-Videos und so gewünscht. Da hätte ich auch noch Lost-Places-Aufnahmen und so weiter. Ja, mal sehen, wie ich das Ganze mache. Da werde ich sicher noch mal drauf zurückkommen. So, wie gesagt, leider auch viel Stress im Moment, deshalb kann ich nicht so viele Videos raushauen. Erstmal beruhigen. Okay, kommen wir jetzt zum Unboxing. Und ihr habt es ja schon die ganze Zeit gesehen und schon im Titel gelesen und schon am Thumbnail gesehen. Es handelt sich um ein Victorinox und zwar um das Classic Honeybee. Und ich würde sagen, ohne viel zu reden, nehmen wir es mal raus. Und hier ist das Teil schon. Es ist gelb. Es hat ein Warmmuster bzw. eine Honigwabe. Hier noch ein paar Bienen drauf. Sieht sehr interessant aus, obwohl es nicht ganz mein Geschmack ist. Aber das Messer gehört nicht mir bzw. das Messer hier verschenke ich. Und zwar geht das Messer an meinen Vater, da er ein sehr, sehr leidenschaftlicher Imker ist. Und da dachte ich mir, das wäre eine tolle Sache für ihn. Was ich hier auch interessant finde, ist Das hier und zwar dieser Plastikkopf der Pinzette ist hier in Rot gehalten, was für Victorinox, ja, nicht gerade alltäglich ist. Hier haben wir dann noch einen Zahnstocher und dann natürlich das übliche Zeug. Also Schere, Nagelfeile mit einem kleinen Schraubendreher und hier die wunderschöne kleine Klinge, die wirklich sehr, sehr alltagstauglich ist. Also wenn man sich so ein Teil an den Schlüssel hängt, das ist wirklich sehr, sehr toll. Und da muss man, oder das muss man Victorinox wirklich lassen mit dem Classic. Da haben sie wirklich ein tolles Messer entwickelt. Ganz einfach, die gibt es in unzähligen Varianten. Also hier habe ich mal ein paar. Dann gibt es auch noch die Alux-Version davon. Und diese Teile kann man eigentlich perfekt verschenken. Soll heißen, ja, das hier habe ich zum Beispiel von meiner Freundin bekommen. Ein Victorinox Classic mit Sternzeichen. Hier hinten sogar noch das Victorinox als Sternzeichen. Also es gibt verdammt viel Zeug von Victorinox, beziehungsweise von der Classic-Reihe. Da ist sicherlich für jeden was dabei. Und man kann seinen Lieben mal eine kleine Freude machen. So, und ich würde sagen, ich werde das Teil jetzt meinem Vater schenken. Und ich wünsche euch derweil schon mal einen wunderschönen Tag. Vergesst natürlich nicht, diese beiden Videos hier anzusehen. Und ein Abo da zu lassen, falls ihr hier zum ersten Mal seid. Bis zum nächsten Mal. Euer Dordecross. Ciao.